Als ob ihr was Besseres wert. Angeben, sich aufspielen, verlogen wie alle anderen auch. Da mähen Sie das Korn. Schade, dass es stumm ist. Das könnte nämlich eine ganze Masse erzählen, das Korn. Sagen Sie, was wollen Sie hier eigentlich mit dieser Reederei? Was ich will? Das Korn ist stumm. Na, und die da? Die ist auch nicht gerade sehr gesprächig. Und die wird schon wissen, warum. Jedenfalls, sie hat auch nicht bloß bei mir auf dem Soziussitz gesessen. Rose!